Sollen. Einfach mal reden. Ja, ja. Ich bin dann sofort auf Roaches gegangen, wo ich das von dem gesehen hab. Irgendwie logisch, dass du das auch machst. Okay, ich baue unten eine Wall und du expandierst. Patch-Surfst am besten. Äh, was haben wir denn? Also hier beide Extang-Roy-Einheiten. Ja, okay. Muss ich sowieso, ich bin hier oben alleine. Also ich exel nicht. Ja, gut. Aber wenn du eine Wall brauchst, kannst du auch nicht exeln. Solange ich exel. Da kann man aber nur einer exeln. Ach, stimmt. Ah, okay. Ja, stimmt. Dann baue auch Einheiten. Oben kann man halt noch relativ sicher exeln. zusätzliche Pionen bauen. Alle Verbündeten befinden sich im Kampf. Was? Was ist da los? Ja, Fresse. Gibt's doch nicht. Äh, schweiße. Gut Schema gebaut, statt ein Pool. Ich bin tatsächlich... Letzte Zeit... Oh, scheiße, Linge, Linge, Linge. Oh nein. Nee, oh, das ist ein Sixpull oder so gewesen. Ja, irgend sowas. Soll ich mit ein paar Arbeitern kommen? Wie gut, dass die nicht bei mir sind. Ich war sofort tot gewesen. Ja, komm, noch mehr länger. Ja. Machen wir nicht viel Lohn kaputt. Ah, ja, ich überleb das nicht. Brauch doch mal einen Zweinkorner. Ohne Pool? Der ist noch nicht fertig. Nee, der versucht den... Der attackiert den, ja? Jetzt hab ich kein Geld für uns bei ihm. Bis in einer Minute kann man erst was geben. Ja, wenn er jetzt nachlegt, ja, da kommt schon der nächste. Bei. Da hab ich echt ein Problem. Ja, ich bin tot. Ja, wie genau. Vier Drohnen noch. Aber ich kann sie gleichmäßig auf zwei Hedges verteilen. Ja, immerhin bist du nicht komplett droht. Das ist schon mal gut. Ja. Ja, das hat die so viel gekostet. Aber die haben beide je mehr als... Ich mach'n vor Geld. Ja, ihr könnt jetzt wirklich bei denen Stress machen. Wir haben jetzt... ...unmöglich großartig verteidigt. Und jetzt könnte mir einer von euch, wenn er hat, ein bisschen Geld schicken. Oh. Ja, vielleicht. Oh, meine letzten Reserven. Oh, da kommt ein Haufenweise. Nein, das ist noch nicht durch. Also gut, wie. Okay, sende es mal zurück. Eure Verbündeten müssen sich in Kampfbasis eurer Verbündeten wird belagert. Ihr müsst zusätzliche Pyronen bauen. Dies müsst ihr in einem Energiefeld platzieren. Das sind ja auch noch Marines. Ach du Scheiße. Ich bin so tot. Ich muss die pläten. Ich hab' keinen Pool mehr. Ich bin so tot. Fuck. Komm zu mir mit deinen Arbeiten. Soll du dann auch mitverteidigen? Ja, die paar Marines mach ich jetzt, glaub ich, platt. Doch mal. Juhu, machst du Stress? Ja. Oh nein, die kommen wieder zurück. Bitte. Ich komme. Oh nein, zwei Drohungen. Gegen zwei schaffe ich jetzt hier. Aber nein. 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 Ich kann noch mal nachbauen. Ja. Ähm. Attacke. Ja. Lass es einfach zwei Seilis bei mir und den Rest. Ich gebe dir einfach mal Kontrolle. Dann kannst du dir ich selbst ein bisschen verteilen. Das ist schon wieder. Ähm. Krass. Hiltert. Wahrscheinlich keiner jetzt, ne? Nein. Kann hier auch keinen Schaden machen. Oh oh, Achtung, da kommen sie wieder. Oh Scheiße. Ja, jetzt sind es drei gegen einen hier oben. Ne. Ich bin so tot, ich hab keine Einheiten mehr. Hey, greif deinen verschiedenen Fronten an, ne? Kann ich vielleicht zusammenschließen wollen? Oh, da unten kannst du ja was weizen immerhin. Das ist euer Begehr. Overlord haben sie auch gekillt, ich kann mir wirklich keinen Overlord leisten, ne? Fuck. Die Basis eurer Verbündeten wird belagert. Eure Verbündeten befinden sich in den Kampf. Achtung da unten, Marines. Oh nein, Spyro hat er auch schon fertig. Ich bin so tot. Was? Du expandierst? Ja, das war's. Ich glaube auch, ja. Die Basis eurer Verbündeten wird belagert. Dein Pool. Ich komm um dich zu retten. Ja, alle Gegner leben noch und die sind total tot. Gratsch. Ja. Ich würde ja jetzt sagen, scheiß Sixwool, aber das habe ich ja gerade eben auch selber gemacht. So sind wir denn total tot. Und ich habe am meisten Arbeiter gebaut. Ich habe auch sonst nichts gebaut. Weil alle drei Gegner keinen Schaden erlebt haben. Braucht ja einer. Ja, aber der war zu spät. Hast du auch gesehen. Der hatte schon zwei Basen halbwegs gut saturiert. Er hat nicht gut, aber akzeptabel. Und Spyro sogar fertig. Leer fertig. Ich konnte es weder leer noch Spyro noch sonst irgendwas fehlen. Ein paar Drohnen hast du platt gemacht. Okay. Fining time. Aber wirklich Schaden. Also nicht so wie die es bei mir gemacht haben. Darunter auf 0 Drohnen war ich wieder. Da draußen, ne? Basis wird angegriffen.